Du lebst noch! Du lebst noch! Morgen Jungs! Peace! Ich werde jetzt nochmal die Usermap vom Alex B. aus Reine anspielen. Die ich netterweise zugesellt bekommen habe. Und es geht los. Und ich werde jetzt auch am Anfang erstmal die anderen beiden Richtungen investigaten. Hätte ich gesagt, ja. Oder am besten auch lang laufen, nicht nur reinschauen. Ja, ob es halt eine Sarkasse ist oder ob es da auch wirklich weiter geht. Do it! Das ist die Frage. Just do it! Oder meinst du, der hat sich so viel Mühe gegeben. Ja. Und hat drei vollständige Wege gebaut. Schnell! Schnell! Nein! Ja, ich habe alles. Die Klickheit habe ich noch beleidigt bekommen. Oh! Da ist nur Akkus genug. Aber ist nicht schlimm. Was hat das zu bedeuten? Weil wir da eh nicht mehr rein wollen. So, du bist da lang gegangen. Ich bin links, genau. Und dann gehst du jetzt entweder geradeaus oder rechts. Ich bin leicht nervös. Boah! Wir haben den ungefährlichen Weg genommen. Aber der ist nicht da. Ich muss binzeln. Der ist nicht drin. Der scharpt vorne. Der kommt von da oben. Ich hab's schon öfter erlebt, dass das von da oben kam. Ich hab's schon öfter erlebt, dass das von da oben kam. Oh, Junge. Wenn die Kamera so blurry wird, das hast du voll. Ich find's geil. Eigentlich ist es geil, aber das ist... Du verbindest damit einfach SCP-173. Hä? Ganz rechts? Nee. Der geht nicht einfach runter. Ah, okay. Da geht's weiter. Ich find's gut. Mausback. Am Anfang eine Kreuzung und dann ein relativ lineares Level. Vielleicht führen alle Wege dann irgendwo wieder zusammen. Das hab ich auch behauptet. Ach, so war das gemein. Wie hast du gedacht? Keine Ahnung. Ja. Flatsch. Flatsch. Das ist ja gut. Ah, da kommt eine Kreuzung. Da. Geht mal geradeaus, oder? Was macht's denn? Ja, sonst laufen wir echt im Kreis. Da kommt dann der mittlere Weg, oder? Oh, ja. Mach mal einen Zug. Ich geh da mal. Der wirklich zu sympathisch hat. Oh, yeah. Wenn der von da oben kommt, dann schreie ich. Und dann Mausback. Da hat er aufgemacht, Junge. Oh, da hat er einen dringer aufgemacht. Blitzel mal. Wah, 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 wah. Geh doch rein. Hä? Oh, da hat er einen dringer aufgemacht. Blitzel mal. Wah, 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 wah. Geh doch rein. Hä? Ja, der sitzt. Also, lauf außen rum. Oh, my. Oh, wenn wir beide einen Speed bekommen. Ja. Einfach fürs Spiel. Mach nicht so schnell. Ja, muss ihn ja erst mal sehen. Kommt er gar nicht. Oh, Junge, lass es einfach. Bei jedem Blitzeln wird es schlimmer irgendwie. Wie sehen wir ihn, wenn er da durchläuft? Ja, mach mal. Wah, 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 wah. Oh, du gescheitst. Das ist lieb. Oh, Gott. Oh, Gott, Alter. Oh, bin ich. Oh, fuck, Junge. Oh, mein Gott, Alter. Das war der Stimme. Wir haben vorhin den guten Weg genommen. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, mein Gott, Alter. Oh, mein fucking Gott. Oh, mein Gott. Oh, Junge, was ist das? Oh, mein Gott, da steht er drin. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, die Map schickt mich alle. Alex B. Riesenrespekt. Ach, Mann. Fest genug. Oh, mein Gott. Oh, meine Hände sind kratzschnaß. Das glaub's nicht. Nein, das ist... Na toll. Wir müssen den ganzen Weg zurück. Im Ernst. Ich komme gar nicht rein, oder? Doch, ja. Dann haben wir jetzt sogar gar nichts gehört. Du bist ganz schön fies, Mann. Und jetzt ist der verbuggt. Jetzt ist die eine Tür zu. Oh, komm schon. Schau, jetzt zieh deine Tür zu. Meine Güte. Wow. Das ist alles doppelt, ey. Das hat mich jetzt geschickt. Strange, partner. Ich trinke mal einen Schluck bei diesem heißen Wetter. Swallow mal einen Sack. Oder einen Swallow sucken. Wie würdet ihr sagen? Würdet ihr eher sagen, einen Sack swallowing oder ein Swallow sucken? Das ist beides Kram. Die Karte ist völlig unlogisch, aber... Wo? Ich meine, so werde ich übersetzen mit einem Schluck schlucken. So wie Cocktail-Schwanz-Schwanz. Ja, ein Schwanz-Schwanz. Eine Schwanz-Schwanz-Bar. Eins oder zwei? Wir sind beide eins, oder? Mit der Zweier bin ich ja hier reingekommen. Au die Einser rein. Juhu! Junge. Schau mal, haben die... Da sind doch Zahnräder hier. Schau mal hier. Hm? Was? Ist da nicht was dazugekommen? Zu diesen... Diese Räder waren vorher nicht, oder? Doch. Die waren schlecht. Genau. Diese dreidimensionalen war nicht. Die da. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Gell? Die sind neu. Wow. Ich glaube nicht. Ich würde mich nicht festlegen. Haben die Omnicard. Hey, hau die andere auch noch rein. Vielleicht haben wir zwei. Was ist das? Den können wir sagen. Wir haben zwei Omnicards. Einen? Oh man. Mit welch Omnicard macht jetzt die Tür auf? Ich kann mich entscheiden. Einen? Warum? Ich habe vorhin gebrinselt. Aber ich habe eben keine Starmina mehr gehabt. So on the fly hast du gebrinselt. Ja, bevor ich da durch die Tür bin, hab ich gebrinselt. Und so ist weg. Der schaut wie geil jetzt auf, wenn ich so rippen. Guck mal. Voll die Pranken ey. Geiler Typ. Mordstiegekranken. Geiler Typ. Geiler Typ. Bist du jetzt gay oder was? Boah, weißt du das in Berlin ist? Geiler Typ. Achso. Das ist deine Aussage. Geiler Typ. Also irgendwie hätte ich gern, dass es nochmal so auftaucht. Krass. Dieses Viech. Das heißt doch jetzt, dass es in der Map zweimal den 96er gibt. Richtig? Weil wo ich gestorben bin. Nein. Das war mein Gameplay. Nein, wo ich gestorben bin, haben wir den Raum gesehen. Echt? Du bist ja durchgelaufen. Du bist ja richtig durch den Raum durchgegangen. Aber wo ich gestorben bin, habe ich gerade die Tür aufgemacht, wo diese Fenster sind. Echt? Können wir uns da anschauen. Zackgasse. Oh, sonnig. Ich lebst doch! Du lebst doch! What the fuck? Das war ein Packer. Wir rennen! Rennen, 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 rennen! Mach doch dazu! Wo sind denn wir? In diesem Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war nicht vor dir, der war über dir. Geil! Lock den da rein, Mann! Alter! Wo ist er? Scheiße! Ja, Mann! Ja! 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 Dann kann er trotzdem wieder raus. Ja, okay. Wenn du hier hingehst, nicht so. Oder? Das ist eine gute Position. Kannst du es verschließen, ey? Nein. Oh, da! Junge! Das war dieser typische Schock, ne? Ich hab das Viech... Hab das Viech gesehen, bin erschrocken, hab dann mit der Maus gezogen. Dann war es eigentlich vorbei gewesen. Ich dachte, wir sind ein bisschen... Schleuse! Ja! Du machst Sachen, ey! Hättest du auch da drin sein können? Ja, das wäre jetzt aber schon sehr scheiße gewesen. Oh mein Gott! Komm wieder her? Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Ja, von da komm ich her. Also ganz ursprünglich. War das schon mal zu? Das ist doch normal nicht zu. Ne, ich war nicht. Du kommst dich um mein Zeug, ey! Tut nichts zur Sache! Ja, man... Ja! Ich bin das Mauspad hier. Zwing den Mausbuck halt! Ja, das ist nur ambient. Aber ein ganz schön... Gruseliger... Äh, Junge! Der steht da drin. Hey, wo war der dann? An dem... So. Ja, komm mal. Jetzt gehen wir da... Ja, mach da mal zu viel. Das ist jetzt die Saison. Aber diese drei Wege, die gehen schon erstaunlich lang. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, ob dein Weg jetzt zack hast. Aber schon unter so einem Teil. Der Alex B. hat die ganze Fläche ausgemacht. Wahrscheinlich. Nach dem Spiel guck ich mir mal... ...den Generator. Wow! Shit! Fies! Boah! Kranker Shit! Ganz schön heftig für zwischendurch mal. Ah, geht! Fuck! Wow! Lauf rechts, Flink! Ich kann nicht! Es ist vorbei, Alter. Pinsel! Meinst du? Pinsel einfach! Wie fies war das denn? Alter! Oh mein Gott. Das war echt fies. Wollen wir es echt nochmal spielen oder wollen wir... ... jetzt angucken? Jetzt hören wir, dass rechts nicht ist. Es gibt jetzt noch zwei Wege, die unverständlich erkundet sind. Na ja, wenn wir es mal anschauen, dann spielen wir es wahrscheinlich nie wieder, oder? Spielst du nochmal? Kann ich machen. Okay. Aber nicht heute. Nicht heute. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.